Ja Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zurück hier auf meinem Kanal und zur nächsten Serie von den Factsheets. Heute ist natürlich wieder Freitag und um 14 Uhr wurden wieder die nächsten Factsheets für den Landwirtschaftssimulator 2019 veröffentlicht. Diese Woche haben wir wieder sechs Factsheets mit dabei, also letzte Woche hatten wir ja sogar acht und diese Woche wieder ein bisschen weniger. Diese Woche haben wir wieder sechs dabei, aber wirklich sehr, sehr schöne Factsheets. Wir fangen an gleich einmal mit New Holland, den FR780. Das ist ein Feldhäcksler um 364.000 Euro mit einer Leistung von 775 PS. Kraftstoff dank Inhalt, Volumen haben wir hier 1200 Liter und eine Höchstgeschwindigkeit auf der Straße mit 40 kmh. Also wir sind auf jeden Fall recht schnell unterwegs hier mit 40 kmh. Für einen Feldhäcksler wirklich eine sehr, sehr angenehme Geschwindigkeit. Wir können natürlich damit häckseln, eigentlich Gras natürlich. Wir können dann Häckselgut natürlich auch wahrscheinlich durchhäckseln oder so irgendetwas. Und das andere müssten sogar Hackschnitzel sein. Kann das möglich sein? Ich weiß es jetzt nicht, das letzte Symbol. Also mit den Symbolen ist noch sehr, sehr schwierig. Auf jeden Fall im LS19. Wir haben bei der Konfiguration auf jeden Fall... Nein, das letzte Symbol müsste Mais sein. Wir haben da... Da können wir Mais häckseln? Ja, weiß ich jetzt nicht. Schreibt mir sonst auf jeden Fall ab damit in die Kommentare, wenn ihr das ein bisschen besser wisst als ich. Auf jeden Fall bei der Konfigurationsmöglichkeit haben wir das Reifensetup auf jeden Fall einmal und bei den Reifen haben wir mit dabei einmal das Standardrad und einmal die Breitreifen. Passend dazu vorne dran von der Firma YouHolland haben wir das 300FP. Das ist eben ein Aufsatz vorne zum Aufnehmen von Gras in einem Schwad, den wir dann natürlich häckseln können. Gras oder Heu. Das können wir dann machen, wie wir wollen. Und wir haben dann hier eben einen Preis von 20.000 Euro und eine Arbeitsbreite von 3 Metern. Höchstgeschwindigkeit oder Arbeitsgeschwindigkeit besser gesagt sind 20 kmh. Das ist noch gleich geblieben gegenüber den 17er, glaube ich. Da waren es auch 20 kmh. Auf jeden Fall ein recht schönes Gerät. Auch der Screenshot an sich sehr, sehr schön im Hintergrund. Ist alles recht stimmig mit diesen Waldstückchen hier oben. Also gefällt mir alles sehr, sehr gut. Wir schauen weiter. Factsheet Nummer 2. JCB endlich wieder dabei. FastTrack 8330. Es handelt sich hier dabei natürlich um einen Traktor um 310.000 Euro mit einer PS-Kategorie von 348 PS. Wir haben ein Kraftstoff dank Inhaltvolumen von 600 Litern und wir haben hier eine Höchstgeschwindigkeit von 70 kmh. Natürlich JCB hat immer die schnellsten Traktoren. Das ist ja speziell ihre Besonderheit von JCB. Natürlich von der Marke, dass die Traktoren wirklich 70, 80 kmh schnell sind. Also das ist eine kleine Besonderheit. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Wir haben beide Konfigurationsmöglichkeiten. Einmal das Reifensetup und einmal dann noch die Reifenmarke. Bei den Rädern oder bei den Reifen ist einmal ein Standardrad dabei. Einmal mit Breitreifen und einmal die Kommunalbereifung wieder. Hinten dran an unseren JCB haben wir den Grampe KS 950. Es handelt sich hier um einen Anhänger natürlich. Um einen Drehschemel-Anhänger würde ich einmal sagen. Oder müsste eigentlich alles im einen sein. Oder haben wir hier eine Dolle angekoppelt. Nein, ich glaube das müsste alles in einem sein. Wir haben das zu einem umschlagbaren Preis von 62.000 Euro und mit einer Kapazität von 48.000 Litern. Beim Setup oder bei den Konfigurationsmöglichkeiten können wir einmal nur die Reifenmarke verändern. Und bei den Beladungsmöglichkeiten oder besser gesagt ja bei den Sachen die wir laden können ist eigentlich alles mit dabei. Von Kalk über Gras über die gesamten Früchte eigentlich bis hin zu Häckselgut, verschiedenste Sachen, Düngersaatgut, Schweinefutter. Also wir können hier wirklich alles laden was im LS19 dann verfügbar sein wird. Factsheet Nummer 3 ist der KS Boomer. Es handelt sich hier natürlich um einen Traktor um 188.000 Euro. Mit einer Leistungskapazität von 225 bis 270 PS. Also wir können hier wieder ein bisschen variieren. Mit einem Kraftstofftankinhalt von 390 Litern. Die Höchstgeschwindigkeit bei diesem Traktor liegt bei 50 kmh. Bei der Konfiguration haben wir die Möglichkeit zwischen der Reifenmarke, dann haben wir generell das Reifensetup. Natürlich das Motorsetup ist noch mit dabei und wir können noch eine Frontladerkonsole mit anbauen. Bei den Rädern haben wir einmal das Standardrad dabei. Einmal natürlich Radgewichte, dann haben wir Breitreifen, Breitreifen mit Radgewichten. Natürlich die Pflegebereifung, dann haben wir nur Zwillingsbereifung hinten und dann haben wir generell die Zwillingsbereifung. Und dann noch zu guter Letzt natürlich wieder die Kommunalbereifung. Wir haben ebenfalls von der Firma Brenntal den K165 mit dabei. Es handelt sich hier natürlich um einen Düngestreuer. Hier wird beispielsweise gerade Kalk gestreut am Screenshot um 67.000 Euro. Wir haben hier von der Kapazität von 15.600 Litern bis 18.950 Litern. Die Arbeitsbreite liegt hier bei 12 Metern und die Arbeitsgeschwindigkeit liegt hier bei 20 kmh. Wir haben bei der Konfiguration noch einige besondere Sachen dabei. Auf jeden Fall einmal natürlich das Radsetup, dann haben wir einmal noch dieses Auswerfsystem, können wir dann noch verändern. Und dann haben wir natürlich einmal noch die Kapazität, wie wir schon gehört haben. Und diese Besonderheit bei diesem Ausbringart, sage ich einmal, wir können das Ganze noch auf 6 Meter, ich glaube, runtersetzen. So verstehe ich das auf jeden Fall. Wir können hinten das verändern. Ich glaube, da wird dann nur noch ein, so ein, ja, ein Auswurfdisk, sage ich einmal, so ein Auswurfdeller besser gesagt, angebaut. Und hier im Bild sieht man die zwei, das müssten die 12 Meter sein. Und wenn wir dann nur eins drauf haben, haben wir die 6 Meter. Wir können natürlich da mit normalen Dünger laden und jetzt natürlich im LS19 neu diesen Kalk natürlich auch. Nächster Screenshot, Manitou natürlich. Manitou haben wir das letzte Mal im Trailer schon gesehen und war klar, dass er die Woche natürlich auch mit dabei ist bei den Factsheets. Wir haben hier den MLT 737-130 PS Plus. Es handelt sich hier um einen Teleskoplader um 98.000 Euro mit einer Kategorie, PS-Kategorie von 129 PS und einen Kraftstoffdankinhalt von 120 Litern. Höchstgeschwindigkeit bei diesem Gerät liegt bei 40 kmh. Bei der Konfiguration haben wir natürlich die Möglichkeit, die Reifenmarke zu ändern und generell natürlich auch noch die Reifen zu ändern. Bei den Reifen mit dabei ist einmal der Standardrad, das wir auch auf dem Bild jetzt hier sehen. Und dann noch zusätzlich diese Kommunalbereifung, eben diese Straßenbereifung ist bei fast allen Traktoren und anderen Geräten eben dabei. Wir haben dazu natürlich von der Firma Maxi eine Schaufel für den Tele-Lader um 2800 Euro mit 2640 Litern Kapazität. Und wir können hier wieder eigentlich alles laden, was uns so in den Sinn kommt, sage ich einmal, was eben alles im LS19 verfügbar sein wird. Nächstes Factsheets, ebenfalls von der Firma Manidou, der MC18-4. Es handelt sich hier endlich um einen Gabelstapler. Das hat jeder wirklich schon sehnsüchtig erwartet. Das Ganze hat jeden sehr, sehr gefreut. Mich persönlich auch, dass endlich eben ein Gabelstapler im LS19 dann verfügbar sein wird. Der wird uns 37.000 Euro kosten. Und wir haben von der PS-Kategorie her 36 PS mit dabei. Und ein Kraftstofftankinhalt von 71 Litern. Höchstgeschwindigkeit bei diesen Gabelstaplern ist etwas niedriger natürlich bei den Gabelstaplern von 25 kmh. Wir haben ja das alles schon im Trailer gesehen, im Manidou-Trailer. Also werde ich hier gar nicht mehr näher auf das Gerät natürlich eingehen. Sehr, sehr schön auf jeden Fall, dass endlich ein Gabelstapler mit dabei ist. Letztes Factsheet diese Woche ist der Fendt 500 Favorit. Es handelt sich hier um einen Tragstor natürlich um 76.000 Euro mit einer PS-Kategorie von 115 bis 150 PS. Also ein Klein- bis Mittelklasse-Tragstor auf jeden Fall mit 210 Litern Kraftstofftankinhalt und mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 kmh. Bei der Konfiguration können wir auf jeden Fall das Rad-Setup ändern. Dann können wir die Reifenmarke noch ändern. Natürlich auch das Motor-Setup und wir können noch eine Frontlader-Konsole anbauen. Bei den Rädern haben wir einmal ein Standardrad dabei. Dann haben wir Breitreifen dabei. Wir haben natürlich auch die Pflegebereifung dabei. Dann haben wir Zwillingsbereifung hinten. Dann haben wir einmal Zwillingsbereifung nur hinten mit Pflegebereifung. Und dann haben wir generell noch einmal die Zwillingsbereifung. Also alle vier Reifen mit Zwillingsrädern. Und dann haben wir noch zu guter Letzt eben wieder die Kommunalbereifung. Auf jeden Fall auch sehr sehr schön, dass der endlich dabei ist. Der 500 Favorit. Ein schöner Youngtimer-Tragstor. Also für alle Fans von Youngtimern wirklich eine schöne Sache im LS19 jetzt von Beginn an verfügbar. Hinten dran von der Firma Strautmann hat man im Trailer von Manitou schon ganz kurz gesehen den SIK 802. Es handelt sich hier um einen Anhänger um 8.000 Euro. Wir haben hier auf jeden Fall eine Kapazität von 4.000 Litern bis 12.000 Litern. Und wir haben eine kleine Besonderheit bei den Konfigurationsmöglichkeiten. Einmal natürlich die Kapazität, die man verdreifachen kann. Dann auf jeden Fall von 4.000 auf 12.000 Litern. Dann haben wir die Reifenmarke können wir noch ändern. Das Cover können wir noch ändern. Und wir können dann noch umbauen zwischen einem Ballen-Anhänger. So verstehe ich das. Und beispielsweise hier auch können wir dann Balletten laden. Also da werden die Bordwände auf der Seite entfernt. Und wir können das Ganze dann laden. Wahrscheinlich sogar Spangurte anbringen. Und das Ganze, die ganze Geschichte. Auf jeden Fall sehr sehr interessant. Und wir können dann wahrscheinlich in den Konfigurationsmöglichkeiten natürlich auch wieder Bordwände anbauen. Höhere Bordwände schätze ich einmal noch anbringen. Damit wir natürlich auch die Kapazität erhöhen werden. Ist auf jeden Fall ein sehr sehr interessantes Gerät. Freue ich mich schon sehr, wenn ich mir das persönlich oder im Spiel dann anschauen kann. Laden können wir wieder alles, was im LS19 verfügbar sein wird. Von den ganzen Fruchtsorten über Gras, Silage, Schweinefutter, Kalk. Also wirklich alles, was uns in den Sinn kommt. Das waren wieder die nächsten sechs Factsheets. Diese Woche wieder sehr sehr interessante Factsheets dabei. Der Fan gefällt mir sehr sehr gut, dass hier ein paar ältere Geräte, sage ich einmal, auch dabei sind. Und generell die Factsheets wieder sehr sehr gut gewählt. Also hat man wieder einen sehr sehr guten Einblick bekommen in den Landwirtschaftssimulator 2019. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du zu meinem nächsten Video wieder einschaltest. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, natürlich bitte abonnieren. Auf meinem Kanal bleibst du eigentlich wirklich auf dem Laufenden. Also hoffentlich bis demnächst. Ciao.